Was? Ich glaub es nicht, ich glaub es nicht. Glück auf 1000 Schatz, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, richtig freshe Highlights von einem richtig chilligen Abend mit ein paar Freunden auf dem TS. Zu einem lustigen Video gehört natürlich auch eine lustige Mütze Wenn ihr auch mal dabei sein wollt bei so einem Video Oder einfach mal Bock habt ein bisschen zu quatschen Dann schaut einfach mal auf meinem TS vorbei Link ist unten in der Beschreibung Und ansonsten wünsche ich euch einfach bloß noch viel Spaß mit diesem Video Wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt Dann auf jeden Fall den Daumen nach oben geben Und ansonsten Leute bleibt geschmeidig Bis zum nächsten Video Euer Black Almas Ich auch Was ist das für eine Verarschung Du bist im Gegnerteam Noli auch Ja deswegen Na los lass ich euch spielen Hallo Du bist rasiert hier Nein Carlo jetzt bin ich rasiert Los mach mal Killduells raus Welches Team gewinnt Ja Magic und ich wir gewinnen Team Baba und Team Bubu Was wollte ich sagen Wenn ihr Lust auf ein Team habt Na ich werd dabei Also ist kein Problem Komm Wenn ich ein Orbi gegen euch drück Dann bin ich cool Du hast Glück dass du grad nicht gestorben bist Nein Genau Noli kommt mit MP wieder um die Ecke Ja hörst du Alter was schluckst du denn Drei Bürst Und dann Tickt er mich mit so einer scheiß MP Oh ne Witz Das ist keine scheiß MP Das ist meine Cuda Ah komm Oh Ein Dreier Feed Ja mein eigenes Team blockiert mich alter Ja ja klar aufs eigene Team schieben Alter Du schluckst alter Das ist nicht normal Ohne Witz Hätte ich dir kein Headshot gegeben Hätte ich den Fein wieder verloren Ja dann hätte ich ein bisschen Orbi gehabt Komm piss dich Oh In uns in uns Und wo kam der denn grad bitte Wollt schon nur schwule hin und her alter der mit der Shotgun Der geht mir so auf den Sack Da wird schon wieder von hinten kommen Alter was Was Ich glaub es nicht Ich glaub es nicht Alter Willst du mich verarscht Alter wer spielt hier auf schwulen Geist Alter Noli Noli Digger ich wirklich wechsel einfach auf die andere Waffe Ja nice komm 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 das sollen wir Alter wie die spielen Komm 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 Sterb Nee du stirbst halt nicht durch mir Nein Warum auch Ich stehe nicht durch dir Hätte meine Hände Ich hab dir Whatsapp gesch- Ja ist ja okay Ich hab dir auch bei Whatsapp geschrieben Es ist ja Hau ab Ich hab dich gesehen Ich hab dich gesehen Komm 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 wir müssen halten Wir müssen halten Oah Fünf Mann Ja Teamdurch Nice 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 komm 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 Alter wie sie Wiesiiiihhh Wie sie immer War die sindis Der Mensch die Droppungslos auch zu schnell Ich hab dich gesehen Komm raus Ey Z ним Das scheiß ranz Team hvant Meine Fress jawol Der holt mich schon wieder eins vor Roby Alter Jawohl Was? Der war doch tot, man! What? Er killt mich einfach! Obwohl er schon tot war! Na! Jetzt... Was? Der ist doch runtergefallen! Der hat sich echt noch gerettet! Alter! Ja, man kann also ganz komisch an dem einen Rand wieder hoch springen. Ich weiß nicht, das ist auch schwierig. Ja, ja, ich weiß! Ey! Nee, Alter, nee! Ja! Bitch! Siehste! Nein! Ja, komm! Setz dein Ding sein! Ah, komm! Stellt es sich in der Ecke! Ein richtiger Noob bist du! Ein richtiger Noob! Noob! Ja! Er nennt mich Noob! Mit N und vierfach O und B! So richtig! Noob! Alter, man kann hier nicht spielen! Oh, lol! Ich geb' ihm One Burst! What the fuck, Alter! Lol! Er gibt One Burst! Sollte eigentlich normal sein! Ja, eigentlich auch! Aber grad so krass! Ab normal, ey! Was ich eigentlich sagen wollte, ich hab das voll vermisst mit euch zu spielen, ey! Ja, ja, das ist mir direkt gekommen! Alter, ich bin fast noch gestorben, ja! Verpiss dich! Verpiss dich! Ich hab noch so... Ich hab noch, wie ich das Video geguckt hab, so gesagt, Alter, ich hab das schon voll vermisst mit euch zu spielen, so! Euch auch! Ey, das kannst du nicht wahr sein! Doch! Es ist so wahr! Komm, komm, komm! Das dürfen wir nicht! Blacky, komm, 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 komm! Wir müssen B-Cappen oder so! Ja, haha! Hab ich dir gegeben! Nein! Nein! Ey, dieser B-Licky! Da wieder schluckt, ey! Ey, was ist denn das denn? Packer! Ja, das kann nicht wahr sein! Komm, wir müssen jetzt Cappen! Stirb! Was? Wo ist dieser Rei zu, son? Er stirbt nicht! Never! Kein Cap mehr! Nee! Nein, ey, das kann doch nicht wahr sein! Digga, nein, ich stirb doch! Oh, nee, Alter! Oh, nee! Guck mal, wie ich noch gestorben bin! Wir mussten es wetten, Alter! Dann ist es noch gewinnt!